Da lang Da lang Da lang Oh Gott Not enough ammo Wie doof Sehr gut Es rekurschiert Darüber Ja, ich kann Wow Die Frage, ist das ein Secret oder ist das der regeläre Weg, den man einschlägt? Oh Gott Weichern wir lieber Da unten Was ist da? Oh 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 Wo ist das Portal, das da so Geräusche macht Nägel Ich muss sagen, die Munition wird etwas knapper Oh shit Nur mit zwei Schüsse Nur mit zwei Schüsse Oh ok Was für mich wird interessieren Wo ich eigentlich normal lang gehen müsste Was ein Secret ist Ah, Munition Sehr gut Dringeln nötig Ein Zum Wohlfühlen noch hinterher Ich höre es, ich höre es Oh Gott Was ist da hin? Ich weiß es nicht genau Sieht aber fast so aus Huh Gut Kilometer lang Oh Bisschen zu knapp Oh Gibt Gibt Wir müssen es merken Ich bin nicht auf die Stäbe Okay Jetzt hat es mich selbst erwischt Hm Soll ich mir das Quad da jetzt aufheben oder? Oder ist Gebrauch? Frage Da unten ist auch einiges Was ist da? So Ist da was aufgegangen? Ha Ich weiß nicht, ob ich mich da runterfallen lassen soll Oder Komm ich da eh wieder rauf Na egal Gehen wir mal hier lang Haben wir schon Munition? Ja Dann nehmen wir das Quad mit Dann springen wir da rüber Sammeln das auf Jetzt können wir uns runter verlassen Jetzt können wir uns runter verlassen Maaah Natürlich Jetzt mal da Nehmen wir so viel wie möglich mit mit denen Jetzt ist es aus Der Spaß ist zu Ende Oh Oh, der vertragt aber viel Ich glaube das will Habe ich unterschätzt Wo ist der Güldene Key? Oh fuck Wo ist der Güldene Key? Fertig drehen wir nicht jetzt Woher kommen wir denn da raus? Oh Gott, das kann ich nur sagen. Da holen wir lieber unsere stärkste Wumme raus. Das ist schon mal ausgezahlt. Oh Gott. Was ist da? Da ist er. In voller Pracht. Was ist denn das für eine schöne Zeichnung? Neptun. Ein Oktopus. Ein paar Fische. Das ist Schlammwasser, oder? Da darf ich nicht reinfallen. Oder? Glaub nicht. Probieren wir es. Nein, da ist eh nichts drin. Laden wir wieder. Versuch was wert. Da ist auch noch ein Monitor. Gut. Wissen wir ja, wo wir hin müssen. Eigentlich nicht, ich hab's vergessen. Ich gib's zu. Aber. So groß ist der Level dann auch wieder nicht. Muss man nicht wieder hinfinden zum Tor. Ah, da geht er auf. Der ist erwacht. Hinter uns natürlich. Aha. Schon wieder ganz am Anfang. Wo war denn jetzt das blöde goldene Tor? Da mal nicht. Ah, muss ich da wieder rauf? Nein. Bin mir nicht sicher. Ich glaub, da komm ich da auch rauf, oder? Irgendwie, irgendwo. Irgendwann. schon einen Aufzug, oder sowas. Da höre ich das Secret, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ah, irgendwo ist es. Ah. Da sind wir zwar gerade gekommen, aber... Da hat irgendwo noch ein Ausweg. Ne, nix da. Nix zu machen. Hoffnungslos. Ja, ich fürchte fast. Wir müssen. Da wieder rauf. Klettern. Ich seh keinen anderen Weg. Ja, jetzt sind wir wieder da. Da war das goldene Tor. Mensch, hätte ich da gar nicht aufhüpfen müssen, ich Trottel. Ha, ha, ha. Na. Bleisaufgabe. Er ist gar nie zum Springen gekommen, der Arme. Ich würde ihn jetzt ärgern. Ich würde ihn jetzt ärgern. Da oben auch einer. Ja, da oben ist auch einer. Die werden wir alle geben. Ah, das macht Spaß. He, he, he. Da fliegen die Körperteile nur so rum. Tja. Wie kommt man denn hier rauf? Auf den da drauf springen? Vielleicht? Kann ich auf die drauf springen? Nee. Geht nicht so recht. Mal drauf stellen. Oh. 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 Sowas. Ein unsichtbares Portal. Den kann ich auch jetzt nicht machen. Okay. Das kann ja nur besser... Kann ja nur schlimmer werden. Huh. Jetzt haben wir unsere ganze Health wieder aufgebraucht. Oh. Zweck. Oh. Das ist wahrscheinlich das Portal, hm? Oh. Wo schießt denn der? Das ist eine Mumie. Oh shit. Das ist eine Mumie. Jetzt wissen wir wenigstens wo wir sind. In Ägypten. Oh fuck.